Hallo Leute, willkommen zu Minecraft in real life. Wir spielen Minecraft in real life. So. Wir spielen Minecraft in real life. Das ist mir. Was ist mir gefallen? Dann machen wir die mal wieder. Lachen wir das. Gut. Wie geht das. Wir spielen die ganze Welt. Lüttel Du schalte bis Kürz Tüsch Tüsch Anlamade So feine Bokum Tüsch 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 Mensch jetzt itemwechsel So Jetzt haben wir Ja der ist nicht zu schnell Masara Schimmle Schimmle So Dieser Schrank hier besteht aus so als Hatsch Hatsch Sagen wir mal der Stellen euch jetzt einmal vor dass dieser Dass dieser Schrank dann nicht mehr existiert Ja Der hat mir 10 Holz gegeben So Jetzt machen wir uns eine Rockbench Tüsch 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 Tücho Ich bin nur zu werfen. Ich bin nur zu greifen. Mein Ball. Nein, Pfosten. Den überlegten Stoff. So, mein Mann, seh den Ball nicht mehr. Das war 1 zu 0. So, jetzt die Axt. Mal mit dem Wechsel. Eine Knife. Ein kleines Messer. Ein großes Messer, eher gesagt. So, noch 7 Minuten. Töten wir dich. Töten wir dich. Ins Auge. Jetzt gehen wir nochmal an die Walkbench. So, jetzt haben wir ein Schwert gemacht. Aus Eisen. Damit holen wir das schöne Wolle. Töten wir mal an die Walkbench. Töten wir mal an die Walkbench. Töten wir mal an die Walkbench. Fuck. Fuck. Scheiße. Ich hab Hunger. Ich muss schnell was töten. Schnell in die Küche. Ich hab noch in die Walken. Ich hab förberi. Jake. Ich hab noch. gone runter. Die Aufnahme ist nicht gestoppt worden. Trank der Heilung. Die Heilung. Dann können wir wieder sprinten. Wir wollen jetzt mal in die Tiefen der Minen gehen. Wir sind in einer hellen Mine. Oh, fuck. Wir sind fast in Lava reingetreten. Stell dir einfach vor, das wäre so Lava und so. Oh, ein Wasserfall. Wir versuchen jetzt mal dahin zu jumpen. Drei, zwei, eins. Ja, gut. Was ist das? Ein schwarzes Herz. Rubin der Katze steht im Winter. So. Hier schmerzt es noch. Ich muss das alles machen. Eisen. Smaragde. Ich will jetzt verhandeln. Das ist nützlich. Das ist nützlich. Das ist nützlich. so. So. Jetzt installieren wir mal den Waffen-Mod. Ich sammle jetzt. Ja, jetzt sammle sie jetzt nach einem Kerl, wenn ich die erste Waffe hole. So, wir haben die erste Waffe von dem Rotten-Mod. Die kleine Pistole. Sie ist zwar klein, aber die Stoßkraft ist fein. Schweinefleisch. Mal, das ist n Schwein. Dann kriegen wir so Schame. Weiß n Schwein oder so. Mal. So sieht das geil aus. Noch 30 Sekunden. Ich werde irgendwas töten können. Ich weiß schon. Ich habe ein Schuss. Puh. Hatschot. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Netflix. Bei Minecraft, wenn ich meine Mathe-Ausaufgaben fertig gemacht habe. Wir sehen uns dann. Tschau!